Hey, ich bin der Mann der Stunde hier. Hey, ich weiß genau, was ich mach dann hier. Ich bin in aller Munde, ich bin jetzt überall. Ich hab's geschafft nach oben. Hey, es war phänomenal. Ich bin der Mann der Stunde für Groß und Kleine hier. Ich gebe dann mein Bestes. Hey, immer dann hier. Ich bin der Mann der Stunde. Ich bin der Mann der Stunde. Hey, ich sitz in der Runde von jedem anderen hier. Hey, ich bin der Mann der Stunde dann heut hier. Ich nehm meine erste Hate an hier. Meine erste CD für euch dann auf. Ich bin der Mann der Stunde. Ich bin der Stunde. Hey, ich halte es aus. Geh mit so viel hier. Ich bin der Elan dann deinem Mannswerk. Bin für euch dann hier jeden Tag. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr sie nehmen dann, 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 dann. Und spielen am Tag so lang. Und spielen am Tag so lang. Ihr wollt mal dann. Hey, ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann der Stunde hier und der Stunde dann. Oh ja, oh ja. Ich bin der Mann der Stunde. Bin in aller Munde, weil ich's geschafft hab dann. Hey, einmal dann. Ich war beim großen Wettbewerb beim Supertalent dabei. Und für mich, da war das eine Freude dann dabei. Es war der Startschuss dann für mich. Hey, ich glaubte es gar nicht. Und für mich, da war das eine Freude dann so richtig noch für mich. Als ich dann sah, wieviel Leute schauen hier. Das war der Hammer. Ich bin abgehoben hier. Denn ich habe wirklich drei Jahre dran gesessen. Hier mal dann. Hier mal dann. Hier mal dann. Jeden Tag. Jeden Tag. Vier bis fünf oder sechs Stunden dann. Und heute ist es dann so weit. Die erste ist an mir bereit. Ich freu mich wie ein kleines Kind darauf. Es wird toll bestimmt. Ich freu mich wie ein Kind. Ich freu mich wie ein kleines Kind darauf. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Euer Peter aus Oberfranken. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich.